Oh, ich glaube, wir kommen genau gleichzeitig. Und ich glaube, sie sollte ein bisschen leiser sein. Woher ist Luke? Kenny, wir müssen etwas machen. Du wirst einfach das Baby sicher sein. Kenny, wir können hier nicht bleiben. Clementine, wo ist das Ort, wo du und Jane gefunden hast? Ich zeige dir. Gut, jemand hilft mir. Oh Gott, es gibt so viele. Wir müssen hier rauskommen. Ich bin nicht so großartig. Mike, das Wasser! Wir müssen einfach, dass Sarah es schafft. Gut. Und Kenny packt das sowieso. Aber der hat da, glaube ich, noch eine Rechnung. Jesus. Clem, ich... Ich glaube nicht, er ist okay. Er hat es verloren. Ich meine, das... Das ist... Lass uns gehen, bitte. Fuck, man. Kenny! Kommt der? Kenny! Komm jetzt! Komm noch! Puh. Hängt schon richtig gut hier an. Chaos in der ersten Sekunde. Und die scheiß Walker kommen uns hinterher. die schirmes lager beeilung 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 okay es ist eine kleine schmerz als ich habe eine lange Zeit erlebt ich habe fast vergessen Clementine Jesus Clem es ist nicht ähm was passiert? well äh ich meine in hier wir sind die die zwei hier machen Kenny was passiert? wir haben die Gott weiß wie viele walker aus dem deine we're supposed to be keeping an eye out for hey hold on a second just tell me what's going on what's going on is you're a reckless fucking moron I'm reckless you know you got a pattern of can you? Rebecca's having the baby now yeah genau yeah fuck I'm sorry right over here oh 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 Nein, sie schafft es. Was machen wir? Ich glaube, wir fragen lieber. Äh, wir bleiben hier am Helfen. Oh man, da draußen geht es aber ziemlich ab. Ich schaffe sie, sie schafft das. Oh fuck, das sind ja ein bisschen viele. Ein bisschen zu viele. Oh, sie mussten ja die Tür verriegeln. Oh man, oh man. Oh man. Wir kommen zusammen. Bereit? Los geht's, los, 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 los. Oh shit. Oh shit. What the fuck is going on out there? Get back, get back. Oh shit. Cheryl, hang on. Fuck, fuck hurry. Nein! Wir können nicht anders. Wir hätten ihr helfen sollen. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Ich weiß, aber ich wünsche es könnte anders sein. Fuck. Wir opfern ein Leben. Mein neues. Auf diese Welt. Diese verschissene Welt. Wie machen wir das? Da, da, da macht das Ding hier weg. Geht das? Sie sind näher. Clementine! Komm schon! Ich gehe so schnell wie ich kann. Schau dich! Boah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sis, was ist los? Was? Oh mein Gott. Ich dachte gerade echt. Wie eine Sekunde. Sie wäre in der Todgeburt. Oh nein. Oh nein. Hey Clementine. Hey. Wie ist er? Wie fühltest du? Sie ist perfekt. Wie istiyer Ey Typ. Wie ist der beste junge Mann auf der ganzen Welt? Du bist. Das stimmt. Du bist. Du bist. Er sieht wie Alvin. Du denkst du so? Definitiv. Danke. Ich bin gut, ich bin gut. Ich wünsche nur, dass ich mich wärmer konnte. Clem, warum hast du ihr die Karte, die wir gefunden haben? Entschuldigung, über die Farbe? Du denkst wirklich, dass ich das interessiert habe? Oh man, das habe ich ja vorhin schon gemeint. Oh man, keine Ahnung wie. Oh man, so ein süßer Knirps. 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 Oh man. Oh man. Ja, da sind alle ziemlich fertig. Oh, shit. Was machst du? Hör, ich bin sorry. Ich muss gehen. Was? Ich muss gehen. Je länger ich bleiben, desto schwer wird es sein. Geh. Geh wo? Just... Geh. Okay? Eh... You know... Jamie? Sarah? Ich werde nicht mehr mit dir. Und... Und was sollt ihr auch passieren? Du kennst den score. Du bist ein Kind. Aber ich dachte, dass du in mir glaubst. Ich mache das. Aber gib es genug Zeit, und alle Fähigkeiten erheben. Hör, wenn die Scheine auf die Fähne... Weil es immer macht. Erinnerst du, dass du es selbst machen kannst. Das ist nicht eine Option für alle. Wenn die Dinge starten nach vorne, nicht sie dich mit ihnen schrauben. Du hast sie nichts. Das macht dich fühlen wie du. Es ist alles eine Familie glücklich. Und wenn Push kommt nach Scheve, du wirst du sehen. Ja, ich weiß. Gut. Okay. Du schützt dich selbst. Ich meine das. Hier. Versatilität ist nicht überrated. Danke. Ja. Ich ähm... Ich muss gehen. Hey. Was hält der davon? Nee. Nee. Sind wir nicht. Nein. Ich denke, wir haben alle Dinge in unseren Gedanken. Temperaturen sind. Wir sind low auf dem Essen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen bleiben. Für Rebecca und die Baby. Also, ich denke, dass es schnell wird. Jane und ich sollten gehen und schauen, ob wir einen Platz finden können. Was? Jane ist weg. Für gut. Was? Wann? Jetzt. Was? Hä? Dachte ich mir auch. Hä? Dachte ich mir auch. Entschuldigung. 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 Jane ist weg. Really? Luke? All das Kindesche. Kindesche? Gott. Entschuldigung. 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 Er weiß nicht. Ich macht ein Fehler. Entschuldigung. E CUIDören Sie sind wir weder. Entschuldigung. All du fass könnt. Entschuldigung. 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 Aber Jane, sie hat eine Offensive. Et Jesus Christ, ich habe es. Ich bin nur πin, also ich habe es. Ich meine, blödu. Alles ist entschuldigung. So forgive me for wanting to enjoy one moment or something else. Oh man, will we just don't mind? But this baby, he's what matters now, got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington, that's our best shot. There's a town across the river, it might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. A whole lot better than here anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first line. Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest, a few days at the least. We've got that baby formula. And it won't help the rest of us. And what about children? We'll freeze out here. That's right. She needs rest. We should wait a few days. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. Just give me a day or two, Kenny. I'll be fine. This is a mistake. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. Here. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be all right. Here. Here. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be all right. Here. Here. Untertitelung des ZDF, 2020